ja schönen guten tag wir sind hier gerade in stockholm auf einem ausflug wieder kommen an land zu fuß durch die altstadt und ja wollen wir mal sehen dauert ungefähr drei stunden jetzt laufen wir gerade vom schiff aus in richtung altstadt den weg so eine halbe stunde sein da sind wir zwei stunden in der altstadt und dann wieder halbe stunde zurück ja und wie immer die schönsten bilder von diesem ausflug ob sich der lohnt das erfahrt ihr dann nachher im video selber bleibt dran so Musik Ja, unser Ausflug ist ganz gut bis jetzt und Stockholm, die Altstadt, ist echt schön. Und zum Kleiner Tipp, wenn ihr Ausflüge bucht über Mayaida, lest euch bitte auch die Ausflugsbeschreibung durch. Denn nicht immer kann Aida garantieren, dass ihr einen deutschsprachigen Guide dabei habt. Jetzt haben wir es so hier gelöst. Unsere einheimische Guidance ist Schwedin und spricht das Ganze entweder man spricht Englisch. Und einer vom Scouting-Team ist dabei und übersetzt das Ganze jetzt immer simultan sozusagen. Aber achtet bitte drauf beim Buchen, was da in der Ausflugsbeschreibung steht. Es kann nämlich nicht immer eine deutschsprachige Reiseerätung garantiert werden. Liegt daran, dass vielleicht auch hier und da nicht genug Leute sind, die das dann übernehmen können. Und es kann nicht immer einer vom Team abgestellt werden als Übersetzer. Funktioniert einfach nicht. Nur als Tipp. So, und dann geht es weiter hier mit unserer Tür. Musik 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 Schöne Grüße hier von der Lattei. E Bar auf Aida Prima. Gerade das Abendessen hier im Weite-Welt-Restaurant genossen. Und wir haben heute Abend noch einen kleinen Ausflug auf dem Programm stehen. Eine zweistündige Bootsfahrt durch Stockholm. Ich denke, das wird auch wunderschöne Impressionen geben des abendlichen Stockholms. Heute hatten wir diesen wunderbaren Spazierkampf. Ihr habt ihn, vielleicht auch gesehen, im Video. Jetzt nehmen wir uns erst mal einen kleinen Drink hier an der La Laipa. bei herrlichem Sonnenuntergang und wir freuen uns auf unseren nächsten Ausflug. Der wird starten gegen halb neun. Dann geht's los mit dem Boot durch Stockholm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.